Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich dir gerne den neuen Tastsensor 4 von Gira vorstellen. Jetzt wo der Tastsensor 3 bereits ein paar Tage alt ist, hat Gira den neuen Tastsensor 4 im Zuge der Light & Building vorgestellt. Der Tastsensor 4 bietet im Vergleich zum Tastsensor 3 eine Menge Neuheiten und die wollen wir euch gerne heute ein bisschen näher bringen. Ausgeliefert wird der Tastsensor 4 im ersten Step etwas unscheinbar wirkend, nämlich mit diesen Abdeckungen für den Baustellenbetrieb. Das heißt, ich kann den Tast da einbauen und muss jetzt nicht befürchten, dass die Kunststoff- oder Glas- oder Metallabdeckung irgendwelche Schäden nimmt, wenn die Handwerker da irgendwie noch am Arbeiten sind. Die Abdeckungen werden ganz einfach abgenommen. In dem Fall haben wir den Vierfach-Tastsensor. Dann sieht der ganze Sensor so aus. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Tastsensor nach Kundenwunsch aufzurüsten mit verschiedenen Designvarianten. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Variante im schwarzen Glas. Und genauso einfach, wie man die Abdeckung abgezogen hat, genauso einfach kriegt man sie auch wieder drauf, indem ich sie einfach nur andrücke. Sie rasten hörbar ein und schon habe ich den Tastsensor in meinem jeweiligen Wunsch-Design ausgestattet. Was direkt auffällt beim Tastsensor, er fühlt sich richtig gut an. Das war Gira auch sehr viel wert, dass das Tastgefühl sauber ist. Es ist ein volles Gefühl, wenn ich da drauf drücke. Im Vergleich zu anderen Tastsensoren wirkt er wesentlich hochwertiger vom Tastgefühl. Wir haben jetzt, wie gesagt, die schwarze Variante. Den Tastsensor gibt es in verschiedenen anderen Kunststoffvarianten und auch an verschiedenen Materialien. Unter anderem gibt es ihn beispielsweise in schwarzem Glas, weißem Glas, Aluminium, Aluminiumschwarz oder Edelstahl. Und auch Spezialvarianten wie Bronze, wie in rein weiß glänzend, in grau matt, rein weiß seiden matt und anthrazit. Sodass Sie auf jeden Fall den Taster immer wieder zum richtigen Design anpassen können. Auf der Rückseite sieht man auch sofort, es gibt keinen separaten Busankoppler mehr. Es ist also ein Monoblock-Gerät in der Form. Extrem flach. Auch das fällt direkt auf. Ich brauche nicht sehr viel Platz in der Schalterdose. Auf der Rückseite haben wir noch den Anschluss für einen externen Temperaturfühler. Beispielsweise für die Fußbodenheizung. Und ja, an sich, tolles Gerät. Hat wirklich Spaß gemacht, ihn in der Hand zu haben und auch damit zu programmieren und damit umzugehen. Und jetzt schauen wir uns einmal, wie gewohnt, die Applikation ein bisschen näher an. Wenn man sich die Applikation jetzt so anschaut, fällt einem direkt auf, es ist kein Zusatz-Plugin mehr, wie es noch beim Tastsensor 3 war. Sondern es ist eine ganz reguläre ETS-Applikation. Auf der Startseite habe ich die Möglichkeit, die verschiedenen Zusatzfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ich aktiviere sie mal, dass wir uns gleich jedes einzelne Feld anschauen können. Es besteht die Möglichkeit, dass ich die Farbauswahl der Status-LED entweder zentral vorgebe. Das heißt, alle Tasten hätten dann die gleiche Farbe als Status-LED. Oder ich wähle hier aus, dass ich pro Wippe bzw. pro Taste die Farbe selbst auswählen kann. Im Bedienkonzept kann ich nochmal wählen, ob der Tastsensor als Wippe fungieren soll. Was bei der Art der Tasten natürlich Sinn macht. Oder ich kann natürlich auch jede einzelne Taste für sich selbst auswählen. Bei den verschiedenen Wippen oder bei den Tastfunktionen habe ich alle notwendigen Funktionen mit drin. Vom Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, Zweikanalbedienung oder Reglernebenstelle. Ist eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt. Eine ganz nette Funktion, muss ich sagen, ist die Möglichkeit einer einfachen Flankenfunktion, würde ich sagen, dazu. Dass ich beim Drücken einen Einzelgramm senden lassen kann und beim Loslassen einen Aus oder Um, obwohl es die Wippenfunktion ist. Es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo das Sinn macht. Das ist natürlich bei allen anderen Wippen oder Tasten genauso. Die Alarmmeldung ermöglicht mir, dass ich über ein Kommunikationsobjekt alle acht LEDs in dem Fall bei diesem Taster gleichzeitig blinken lassen kann in Rot. Und hier kann ich noch auswählen, wie diese Alarmmeldung zurückgesetzt werden kann. Die Orientierungsbeleuchtung kann ich auch nochmal auswählen, welche Farbe soll es haben. Ist, denke ich mal, im Dunkeln eine sehr gute Geschichte, um einfach den Taster zu finden. Die Helligkeit kann ich dementsprechend auch nochmal einstellen. Die Nachtabsenkung wird halt eben hauptsächlich im Schlafbereich eingesetzt, damit einfach nachts nicht die LEDs einen anscheinen. Das Schöne ist hierbei, die Helligkeit wird nicht einfach hart heruntergesetzt, sondern sobald die Nachtabsenkung aktiviert ist, wird die LED langsam heruntergedimmt. Ja, Sperrfunktion ist selbstredend. Das Szenenfunktion geht Gira sogar den Weg und hat ein echtes Szenenmodul mit drin. Das heißt, ich könnte jetzt hier acht Szenenausgänge realisieren und kann diese innerhalb des integrierten Szenenmoduls verwalten. Also ich bräuchte nicht unbedingt irgendwie eine höher gelegene Logik wie ein Homeserver oder ein X1, um die Szenen aufrufen oder speichern zu können. Der Tastsensor 4 hat nur noch einen Temperaturfühler, keinen Temperaturregler mehr. Hintergrund ist ganz einfach, der Trend geht natürlich davon weg, irgendwelche Displays im Taster zu haben oder die Temperaturverstellung am Taster zu machen. Da geht Gira den gleichen Weg wie viele andere Hersteller auch und sagt, die Einstellung oder die Regelung der Temperatur erfolgt in einer höher geregenden Logik bzw. an einem Display, beispielsweise einem G1 oder einem Homeserver. Und die Tastsensoren haben dann nur die Möglichkeit, den Temperaturwert zu messen und ihn dann weiterzugeben. Ich kann natürlich dann noch eine Verknüpfung machen zwischen dem internen und dem vertrateten Fühler und kann somit auch noch verschiedene Funktionen mit reinbringen. Besonderheit ist auf jeden Fall beim Tastsensor 4, dass er eine raumfeuchte Messung drin hat. Da gehört Gira jetzt mit zu den wenigen Herstellern, die es jetzt schon mit drin haben, standardmäßig. Ich denke, es ist schon eine sehr gute Funktion, weil es immer wieder häufiger vorkommt, vor allem in ganz dicht gedämmten Häusern, dass die Luftfeuchtigkeit doch relativ hoch ist und so, dass man es auch mal messen muss in Bezug auf die aktive Wohnraumbelüftung. Der neue Tastsensor 4 von Gira hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Gira geht ganz konsequent den Weg weg von überfrachteten Glas-Tastsensoren bzw. Display-Tastsensoren und schafft es, den Tastsensor 4 als gute Bedienstelle auf Schalterhöhe zu produzieren. In Kombination mit dem G1 ist das natürlich eine tolle Variante. Das Tastgefühl ist echt super, probiert es auf jeden Fall aus. Es macht echt Spaß, auch der Wermutstropfen, dass man die Tasten nicht einfach beschriften kann, ist verträglich. Da wird Gira noch in der Zukunft die Möglichkeit anbieten, diese Beschriftung über den Beschriftungs-Service zu machen. Wenn du Fragen hast zum neuen Tastsensor 4 von Gira, wenn du Fragen zu den weiteren Produkten hast, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020